Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier in Centro, Heppenheim an der Bergstraße. Noch ist hier alles so ein bisschen in Hektik und in Aufruhr. Vorbereitungen an der Theke, Vorbereitungen beim DJ. Wird doch hin und her gestöpselt mit der Technik und ausprobiert. Wir haben ja heute Abend ein Stargast hier, und zwar unsere Michaela Schäfer, bekannt aus dem Dschungelcamp, Germany's Next Popmodel und natürlich aus den ganzen Medien. Ich denke mal, dass wir heute Abend hier die Lokalität, das Centro, zum Beben bringen. Draußen ist es kalt und hier drinnen wird es richtig heiß. Ich bin der Jörg von der GS Showtechnik. Wir haben das zusammen mit dem Centro hier in Heppenheim auf die Beine gestellt und hoffen natürlich, dass das hier ein voller Erfolg wird. Lassen wir uns überraschen, später mehr dazu. Jetzt geht es erstmal weiter mit den Vorbereitungen und wir sehen uns später. So, wir stehen jetzt hier draußen vorm Haupteingang in Centro in Heppenheim. Wie wir vorhin schon gesagt haben, es wird bestimmt richtig heiß, weil hier draußen ist es kalt und es regnet. Aber wenn wir jetzt ein bisschen nach rechts schauen, die Schlange wird immer größer und größer. Ich denke, wir werden heute Abend ein richtig volles Haus bekommen und ein richtig geiler Party haben. Und nachher sehen wir noch viel mehr. Hier oben geht mich nicht mit. Leute, Leute, Leute. Guckt euch mal bitte ganz kurz nach oben. 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 Vielen Dank.